Willkommen zu einem neuen 5M ESX Video. Heute zeige ich euch ein alternatives Personal Menu, das von CRX, CRX Personal Menu. Das ist genau wie das andere Personal Menu, was ich euch gezeigt habe, nur in einem etwas anderen Design, hat ein paar andere Features und so weiter. Unter anderem haben wir hier noch ein Settings Menü, wo ihr einen FPS Booster und einen Grafik Mod aktivieren könnt. Das hört sich sehr gut an, das ganze werden wir uns natürlich auch gleich in dem einmal anschauen. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Fragen habt oder Probleme, dann schaut doch gerne bei mir auf dem Discord vorbei. Den Link wie alle anderen findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, was braucht ihr dafür? ZX Utility, die latest Version davon, OXlib, OX MySQL, ISX Addon Account ist optional und Carlogs Script ist auch optional. Deswegen werden wir nur auf die richtigen Requirements eingehen. Und diese werden wir uns natürlich auch direkt einmal downloaden. So, ZX Utility findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung und da klicken wir einfach hier in dem GitHub Repo einfach einmal auf Download. Dann sagen wir hier Download Zip, hat sich leicht verändert, ich sehe jetzt eins höher und natürlich bei dem Personal Menu gehen wir auch hier unten auf Downloads bei GitHub. Downloaden den Code auch einmal und öffnen dazu einmal unseren Server Ordner. So, da gucke ich mal kurz. Das war natürlich bei mir wie gehabt in dem Tutorials Ordner. ISX Legacy benutzen wir, ISX Legacy Resources. So, hier kopieren wir die heruntergeladenen Sourcen jetzt rein. Ich öffne die einmal mit WinRAR. Wir fangen mit ZX Utility an. Das finden wir hier. Kopieren wir einfach einmal rein. Benennen das um. Nämlich löschen das Minus Main hier raus. Gehen hier rein und schauen uns einmal an, ob wir hier was ändern müssen in Server. Server.lua. Öffnen mit Editor. Genau, hier müssen wir nichts ändern. Gucken wir mal kurz in den Repo nochmal rein. Ob wir hier was ändern müssen. Installation. Download bla bla bla. Nö, wissen wir nicht. Sehr gut. Dann können wir nämlich dieses Skript, diese Ressourcen schon mal zu unserer Server CFG hinzufügen. Wir kopieren uns den Namen in die Zwischenablage. Gehen einmal zurück. Öffnen die Server CFG mit einem beliebigen Editor. Ich benutze WIRs Code. Dann sagen wir ganz unten Android ZX Untertrich Utility. Als nächstes öffnen wir dann das ZX Personal Menu mit WinRAR. Und kopieren das ebenfalls in unseren Ressourcen Ordner. Einfach einmal rein kopieren. Das Minus Main kommt hier weg. Auch das öffnen wir einmal. Öffnen die FX Manifest einmal davon. Hier gibt es auch nichts zu beachten. Außer hier seht ihr die Dependencies. Client. Gut. Dann schauen wir auch mal kurz, ob es was zu beachten gibt noch. Installation. Genau das gleiche. Auch das fügen wir jetzt einmal zu unserem Config Datei hinzu. Server CFG Anjure ZX Personal Menu. So und dann sehen wir natürlich hier in der Config unter anderem, dass wir schon OX MySQL haben. Und das nicht mehr separiert benötigen. Das heißt wir starten jetzt einmal XAMPP. Starten hier unseren Apache und MySQL Server. Und können jetzt einmal den Server starten. Bei mir ist das im Server Ordner. Die FX Server.exe. Und warten mal und schauen mal, ob die Ressourcen korrekt geladen wurden. Wenn ja, schauen wir uns das Ganze ingame einmal an. Dürft auch nicht zu lange dauern. Ich habe nicht so viele Ressourcen hier drin. So, Server wurde hier hochgefahren. Wir sehen, ZX Utility wurde geladen. Das Personal Menu wurde nicht geladen. Weil uns OX Lib fehlt. Wenn uns was auffällt, müsst ihr es natürlich auch noch zu einem Server hinzufügen. In den Ressourcen Ordner. Der Download findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. OX Lib. Neueste Version. Einfach einmal downloaden. Mit Winnerer öffnen. Hier rein. Hier rein kopieren. Schauen, dass alles passt. Und zur Server CFG gehen. Und OX Lib vor ZX Utility laden. Mit OX-Lib. Das Ganze mit Starung S speichern. Server beenden. Und Server einmal neu starten. FX Server. Oh, der fährt nach runter. So, jetzt. Und dann warten wir nochmal, bis der komplett hochgefahren wurde. Geht beim zweiten Mal deutlich schneller, weil die Sachen gecached worden. Dann sehen wir, OX Lib wurde geladen. ZX Utility wurde geladen. Und das ZX Personal Menu wurde geladen. Wenn diese Meldung erscheint, dann könnt ihr euer OX MySQL auch noch updaten. Link steht hier unten. Aber es reicht auch, wenn ihr diese Version habt, die ich hier benutze. Standard ESX Legacy. Gut, wir werden jetzt mal auf dem Server Connecten und schauen uns das dort einmal genauer an. So, bevor wir starten. In dem Ordner ZX Personal Menu unter Configuration findet ihr natürlich auch die Configuration Dateien. Hier könnt ihr dann einstellen, zum Beispiel mit welchem Key das geöffnet wird. Standard F5. Am besten ihr deaktiviert natürlich alle anderen Personal Menus. Ihr könnt aber auch hier auch einen anderen Key eintragen. Und auch ganz viele andere Einstellungen. Könnt ihr hier vornehmen. Ihr seht ja, was ihr hier alles machen könnt. Ihr könnt natürlich auch noch die Strings anpassen. Und zum Beispiel übersetzen. Ins Deutsche oder in irgendeine andere Sprache. Und ihr könnt hier auch einen Webbook eintragen. Für eine Discord Benachrichtigung. Wie man das macht, habe ich ja schon bereits in den anderen Tutorials unter anderem gezeigt. So auf dem Server angekommen, können wir dann einmal F5 drücken. Ich komme mal kurz auf den Bürgersteig. Und dann sehen wir hier das Personal Menu. Hier können wir Informations anschauen. Und hier ID Cards, Driver License. You don't have the type of license. Okay, habe ich keinen. Aber hättet ihr eine Driver License. Die, die ihr in den Configuration einstellen könntet. Dann könntet ihr euch das anschauen. Clawfing. Ihr könnt den Hut auf- und abziehen. Ich habe keinen. Unter Settings könnt ihr den FPS Booster aktivieren. Wie ich versprochen habe. Oder auch deaktivieren. Unter anderem seht ihr das schon. Werden natürlich auch die Schattenelemente, grafische Elemente deaktiviert oder runtergedreht. Hilft bestimmt dem einen oder anderen. Wenn, ja, die FPS nicht ausreichend sind für ein flüssiges Spielerlebnis. Könnt ihr auch hier den Grafik Mod aktivieren. Und könnt ihr natürlich auch wieder deaktivieren. Je nachdem wie euch das gefällt. Und natürlich auch Navigation machen. Und so weiter. Alles was halt in den Informationen dazu drinnen steht. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem Video. Wie gesagt, wenn ihr Fragen oder Probleme habt. Schaut gerne bei mir im Forum oder im Discord vorbei. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.